Und ein freundliches Halle hallösch meine lieben Freunde, euer BenniPlay hier mit einer neuen Folge von Minecraft Let's Play Together. Wir sind wieder am Start, aber diesmal ohne Minan. Ich bin gerade ein bisschen so in geheimer Mission, der Minan kommt später dazu. Er ist noch, glaube ich, am Schlafen oder ist, glaube ich, irgendwas noch am Machen. Stimmt, bevor ich das vergesse. Er ist noch irgendwas am Machen. Wahrscheinlich am Schlafen oder am Frühstücken, wer weiß. Also ich nehme es gerade so ein bisschen relativ früh auf, deswegen wundert euch nicht. Ich bin nicht mehr im Nether, das hat einen Grund und zwar möchte ich jetzt tatsächlich schon mal meine Sachen hier machen. Beziehungsweise, ich muss mal hier kurz in die Kiste hinklatschen. Tschüss mit euch. Meine Sachen machen. Einmal das. Was brauchen wir noch? Eventuell eine Schaufel. Aber sonst eigentlich dann nichts mehr. Und zwar möchte ich was ausprobieren. Und das könnte eventuell klappen. So, Schaufel und Spitzhacke. Ich brauche natürlich die Spitzhacke, die sehr gut ist. Ich weiß nicht, ob ich das hier jetzt mache. Also ich versuche jetzt tatsächlich eine XP-Farm zu machen. Was darunter heißen mag, dass wir jetzt eventuell... Ja, das war schon richtig. Dass wir eventuell... Aber wir haben kein... Wo ist denn das Lapis? Wo sind das Lapis hin? Oh, jetzt sagt mich, der hat alles Lapis mitgenommen. Der hat ernsthaft alles Lapis Lazuli mitgenommen? Oh, lol. Ist das euer Ernst jetzt? Okay. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Müssten aber hier irgendwo noch Lapis liegen. Wir versuchen jetzt eine große XP-Farm zu bauen. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt. Das ist ein Skelett gewesen. Da habe ich keinen Bock drauf. Gehen Bock drauf. Eigentlich könnten wir ja Lapis abbauen, da wo wir mal waren. Aber... Ich glaube, ich gehe auch gerade den Gang, wo wir waren. Was soll das sein? Nee, gehe ich nicht. Und das ist natürlich blöd. Hupala. Da geht es nochmal runter. Ich hoffe, da geht es... Oh. Hier geht es auf jeden Fall noch runter. Guck mal, was wir hier haben. Eventuell könnte das ein bisschen... Alter, wie geht der... Wer hat denn der sich hier bitte runtergebaut? Ach, Einstein also, hm? Ach, hier sind wir, okay. Hier ist Kohle. Haben wir hier noch Kohle? Ja. Das geht noch. Ach, wir sind ja jetzt wieder hier, okay. Hätten wir das jetzt uns auch eigentlich ersparen können, wenn wir Wasserfall runtergesegelt wären. Was war... Na ja, komm, das nehme ich jetzt mit, weil es so offensichtlich hier rumliegt. Nehmen wir das jetzt mit. Also, wie gesagt, wie ihr jetzt gerade erst angeschaltet habt. Minan ist momentan noch am Frühstücken oder was weiß ich. Er wird später dazu stoßen. Deswegen wundert euch nicht. Habe ich Ihnen auch schon Bescheid gesagt, dass ich jetzt hier schon aufnehme. Ja, das war glaube ich hier. Deswegen wundert euch nicht. Und ja, genießt einfach noch die ein bisschen so hier, das und so. Gehen wir jetzt da runter. Komm, wir holen uns jetzt ein bisschen Lapis Lazuli. Und dann hat sich das... Ich wollte eigentlich nur Lapis Lazuli holen. Aber egal. Da ist ein Skelett. Aua. Schaden machst du mir nicht mehr, Freund. Affeile, nice. Lapis. Da brauchen wir auch gar nicht mehr ganz da unten zu gehen, denn Lapis haben wir auch hier. 19. Müsste reichen. Oder ich sammle einfach schon mal ein bisschen was. Na komm, sammeln wir auch noch ein bisschen was. Wenn wir schon hier sind, warum denn nicht? Nur halt in der Nähe und aufpassen wegen Lava und so. Sonst gehen wir wieder drauf und da habe ich keinen Bock drauf. Oh ja. Und ich muss hier... Ich passe einfach hier mal ganz konkret auf. So, Kohle, Kohle, Kohle. Wir haben hier sehr viel Zeugs. In der Wand oben hängen. Eisen, Redstone. Ist noch eine Höhle. Es ist ziemlich still ohne Musik im Hintergrund, ne? Ja. Habe ich ja eigentlich schon mal gesagt, dass das... äh, nicht da kommt, aber es wird halt noch dauern, weil ich meine ganze Playlist umändern muss auf, ähm, auf Unheberichts, äh, Verletzungen. Gibt es noch mal so. Tja. Die Gamer halt, die sind Let's Players beste Freunde. Nein, sind sie nicht. Ach, das ist ein normales Stein. Das wollen wir gar nicht verwenden erst. Ja, gut. Diamant Nummer 1 haben wir. Sehr gut. Niii, die Richtung aus dem Augen verlieren. Ich nehme mal kurz hier einfach mal Stein mit, weil wir keinen Stein haben. Ja, geil. Nice, Diamanten. Nice, nice. Ich nehme einfach alles mit, was hier nicht knick-und-nagelfest ist. Ja, mal gucken, wie es wird hier. Natürlich ist es nicht das Gleiche, wenn ich alleine hier rumturkel, aber... Ich wollte eigentlich ein bisschen noch was machen. Ich habe auch gerade so ein bisschen noch der Minecraft-Feeling gepackt, deswegen... nehmen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen auf. Wie gesagt, Minan wird später dazustoßen, deswegen... Nicht. Äh, Wohmann. So, jetzt haben wir auch... Wir haben 14 Dias schon, das ist sehr gut. Da wir auch echt viele Diamanten verbraucht haben, ist es... nicht schlecht. Es leckt gerade ein bisschen hinterher, aber... es sollte sich auch... nach einer Zeit legen. So, nehmen wir mit. Tja. Gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Denn ich will nicht so weit gehen. Das ist, äh, ja... ist nicht so sonderlich. Und der und noch mal. Sehr geil. Gibt auch noch mal Erfahrung, das ist ja das Geile. Ein Glück habe ich jetzt eine Fetze dazu gemacht, rechtzeitig, weil die Kinder jetzt wieder Pause haben. So, da ist Lava, da ist Eisen, hier ist doch alles Mögliche eigentlich. Ich nehme einfach noch ein bisschen was mit. Das ist ja relativ nice, dass hier so viel noch rumliegt. Dauer, Gold ist ja auch noch sehr viel, das ist sehr gut. Gold brauchen wir für Antriebsschienen. Aber die kommen, wie gesagt, später. Weil jetzt müsste ich dann doch erstmal noch meine Sachen machen, die ich im Kopf habe. Ähm... Tatsächlich ein, 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 ein Monster-Spawner-Falle, was weiß ich, was machen. Ja, die Frage ist, jetzt komme ich hier überhaupt... Ja. Zum Glück. So, wo sind die meisten Fackeln? Wo ist unsere... Ja, das ist die Frage. Ob da... Hm. Ist sie hier? Ist sie nicht hier? Hä? Okay, das meinte ich mit eventuell verlaufen, denn ich weiß nicht mehr, wo wir sind. Oh, das ist nicht gut. Ähm... So weit sind wir doch gar nicht gelatscht. Oh, hier sind noch sehr viele Diamanten. Nehmen wir natürlich mit. Und auch alles andere nehmen wir mit. Sollte echt nur aufpassen, dass hier kleine Überraschungen ist. Wie zum Beispiel Lava plötzlich von der Decke läuft. Das sind wir am Arsch. Hat man ja in einer Folge gesehen. Ja, da ist Eisen, aber nehmen wir jetzt nicht mit. Jetzt jedes hier das Schützlchen nehmen wir jetzt auch nicht mit. Aber hier so zum Beispiel, das was so richtig jetzt man sieht, das nehmen wir mit. Äh, Eisen brauchen wir auch dringend. Warte, das war... Diamant da hinten, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich will eigentlich jetzt wieder nach Hause. Also, ich will gar nicht so lange hier bleiben. Das Problem ist halt nur, dass ich mich jetzt tatsächlich verlaufen habe. Äh, das ist doch scheiße. Da sind viele Fackeln. Eventual. War es jetzt richtig? Ich habe keine Ahnung. Also, da auf jeden Fall nicht. Alter, diese Löcher im Boden. Das ist der Shit. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oha, wir haben schon relativ viel Eisen gefahren. Das ist ja mal der Shit. Ich habe schon über ein Steck Eisen geformt. Das ist echt nice. Aber wo geht es nach Hause? Das ist jetzt die größte Frage hier. Ist da hinten Wand? Geht es da nicht weiter? Oder ist das das einfach... Da hinten ist die Wand. Da geht es gar nicht weiter. Ach, das ist doch scheiße. Wir haben es eigentlich so gut ausgeleuchtet. Aber jetzt finde ich das nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Lappes. Das ist sehr gut. Eigentlich bin ich auch nur für Lappes hier runtergegangen. Ja, hat sich ja auch direkt gelohnt. So viel Lappes jetzt? Oh, nice. Ja, fast ein Steck. Ja, nice. Hat sich direkt gelohnt. Aber die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier raus? Das kann doch nicht sein, dass es hier irgendwie so jetzt... ...so weit entfernt ist. Kann doch nicht sein. Hier geht es eventuell... ...eventuell... ...äh... ...raus zu einer Höhle. Ah, eventuell. Oh, oh. Also was mag ich ja am besten, ne? So. Alter Schwede. Alter, ist das euer Ernst? Ah, Lappes. Sehr geil. So, jetzt haben wir auch über ein Steck Lappes. Sehr gut. Wir haben aber sehr wenig Gold. Also Gold. Eventuell, wenn Gold hier nochmal irgendwo auftaucht, das nehmen. Ich glaube, ich bin mal richtig hier. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich bringe jetzt nochmal Erde mit. Das ist so geil, wo jetzt mega viel rumliegt. Ich bringe es jetzt einfach mal mit. So. ja das ist doch jetzt haben wir hier erde das können wir ein bisschen ja da ist die labert wo wir gestorben sind okay ich glaube wir müssen da lang dann zurück kann ich mir irgendwie nicht vorstellen weil da waren wir ja und da ist alles nun gewesen ich hoffe aber ich zu machen die wieder ganz komische sachen deswegen sind wir uns auch direkt wieder mal kurz hier noch mal zur gold zum gold sollte aber nicht so sollte aber nicht lange mehr sein frage der fragen ist halt aber ich möchte einen großen bogen dieser scheiß lava wand machen deswegen ja das war jetzt mal ein guter einfall da wollte ich einen drauf machen immer schön ausfackeln das ist hier das a und o hier kommt auch microsoft musik ich weiß ja nicht ob ihr das hört ja da oh mein gott nach hause nach hause nach hause hier ist schon wieder lava so band man sich sein weg nach hause mit erde johu wir sind zu hause das ist doch geil da wir wieder zu hause sind nehmen wir auch direkt mal die sachen mit gucken ob eventuell vielleicht nochmal gold hier in der nähe ist aber auch dann wirklich in der nähe da ist gold kommen wir dahin was ist jetzt die frage da kommen wir hin sehr nice da hat man mal kein ding ins mit und schon meine güte alter das hat man kaum hat man hat man gerade keine erde wieder mit weißer und schon kommt ja alles runter gesegelt ja 344 ist gut so dann wollen wir aber jetzt auch tatsächlich wieder ablaufen denn mein plan macht sich ja nicht umsonst fertig jetzt ist aber auch noch so viel kohle jetzt auch für die dürfen die wir haben bringt auch noch erfahrungen so da ja geht ja geht ja aber nur an die kohle kommt ha hier ist auch noch gold nice 202 aber egal älter ist ja mal mega viel kohle noch an der wand was ist denn los warum haben wir das eigentlich nicht abgekrabst ich glaube wir haben sogar noch kohle in der kiste kann sein zwei stext oder so würde eigentlich reichen aber wir nehmen jetzt einfach noch mit das was wir haben haben wir ja so da ja nehmen wir das einfach noch mit dann können wir auch wieder zurück gehen so wir haben jetzt knapp den zweiten stack voll mit kohle das ist auch nice aber eigentlich hier hinten ist es gar nicht da geht es aber wahrscheinlich nur nach da ich fackel das mal alles aus hier ne weil besucher und so die die gerne mal so ran wasserfall ein bisschen sicherer für ein zombie du kannst mich mal so alter der wollte hoch gehen meine phrase ja bitte könnten wir auch eigentlich mit den so irgendwie wird das auch schon mal haben geklärt haben so haben wir hier noch irgendwas mit und sonst nichts okay redstone ich weiß nicht redstone haben wir genug genau haben wir noch verdammt viel jetzt mache ich mir so ein bisschen was mit noch das was hier jetzt noch alles so ein bisschen rumliegt das was wir aber auch brauchen was hier rumliegt nehme ich noch ein bisschen mit wir können ja mal gucken hier ging es ja zu diesem kreis ob wir hier schon ein bisschen was abgegrast haben hier haben wir glaube ich sogar alles schon abgegrast hier haben wir das da ist noch Gold an der Wand und nice one ja sehr gut haben wir noch ein bisschen Gold eingesammelt schön zombie der hier rumröschelt müsste aber auch hier sein der der k gerade so wie du explodierst hier nicht aber eventuell ja doch Oh, was? Wie viel Kohle hier bitte noch ist, aber ich höre einen Zombie. Wie, eventuell hier einen Zombie-Spawner? Das kann nicht wirklich echt gut sein. Alter, wie viel Gold hier bitte ist? Ist ja der Wahnsinn. Nimm auch alles mit hier. Habe ich da alles aufgesammelt? Ich hoffe mal. Ist noch Gold und ich höre den Zombie echt mega laut. Also irgendwie muss er ja sein. Ich wollte eigentlich gar nicht so weit weg vom Haus. Da ist noch Lapis. Lapis haben wir jetzt eigentlich noch... haben wir eigentlich theoretisch genug. So, machen wir das jetzt, wenn wir das jetzt nicht mit. Wir haben hier noch extrem viel Gold und da ist ein Skelett. Tschüss. Okay, hier ist nichts. Dann wollen wir mal... Tatsächlich so langsam mal... Habe ich gerade eben nicht gesagt, irgendwie 20 Minuten. Jetzt sind wir schon bei 25 Minuten. Ja. Ach ja. Das ist halt so, wie man gerade eine Aufnahmeflow ist. Nee, 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 nee. Kannst du mich verarschen? Warum machst du Bumm? Hä? Habe ich noch gar nicht gemacht. Alles klar. Oh, da ist noch Gold. Aber nett muss man mal sein hier. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite und hier ist einfach nichts. Das ist... Äh, sehr gut. Ähm, ja. Ja, gut. Hier ist eigentlich wirklich gar nichts mehr. Deswegen gehen wir jetzt auf... Oh, nee, jetzt habe ich... Achso, habe ich nicht gut. So, dann gehen wir jetzt auch tatsächlich jetzt nach Hause. So, und da haben wir sogar noch Gold in der Wand. Also der Rückweg hat auch noch mal hier Versprechungen. Sehr geil. Dann wollen wir mal... So, und es ist auch noch hell. Ich glaube, es ist gerade hell geworden. Hoffen wir mal. Alter, wie viel Eisen hier noch? Uweil ruhig ist der Wahnsinn. So. Jetzt haben wir auch ein Stack Gold fertig. Sehr geil. Das ist doch nice. So, wir müssen natürlich auch dran denken, unsere Kühe zu füttern. Ich habe gestern ein paar schon geschlachtet. Beziehungsweise ist es in einer Folge, da wird wir Leder haben. Jetzt haben wir, glaube ich, vier. Oder so. Ich weiß gar nicht. Ja, vier. Wir müssten eigentlich vier haben. Warum sind das nur drei? Nee. Ach nee, vier. Die machen aber in der Ecke Gangbang. Dann füttern wir mal unsere Kühe. Alter, Getreide ist aber auch schon richtig nice hier. Richtig nice. So, das reicht uns schon. Guck mal, rangerutscht dir auf den Millimeter. So, wir sind sogar Level 20. Es wird wieder dunkel, nach der Heilige. Und das heißt, wir gehen wieder nach unten, wo wir auch hingehören. Und Stein haben wir auf jeden Fall jetzt gut. Wir bauen uns noch welche. Ja, eigentlich habe ich hier... Oh, na, egal. Das ist so. So, hier haben wir nur noch fünf. Ich teile das jetzt mal unter sechs auf. So gut, wie es geht. Zack, 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 zack. Ah, da war noch einiges drin, egal. So, denn wir haben hier auf jeden Fall noch Kohle. Sehr geil. So, dann ballern wir das hier rein, das hier rein und das hier rein. Sehr geil. Und dann haben wir hier Eisen und hier haben wir auch wieder 32. Sehr geil. Der Absatzfeld kommt ja nach unten. Und dann brauchen wir ja so. Oder würde ich sagen, die Folge hat sich dann auch schon wieder gelohnt. 30 Minuten, schon wieder ein bisschen Überlege. Egal. Macht ihr nichts. Ist ja für euch. Ich sage tschüss, hau rein auf Wiedersehen. Euer Bitte Play bis zur nächsten Folge von Minecraft Together. Hau rein, haut raus und tschüss. Ich sage euch an, haut raus und tschüss. Und dann geht es. Untertitelung des ZDF, 2020